Sprachenlernen ist wichtig, weil jede neue Sprache, die man lernt, den eigenen Horizont erweitert, neue Perspektiven ermöglicht und die Möglichkeit bietet, mit neuen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das Sprachencafé ist 2012 entstanden im Rahmen des Europäischen Tags der Sprachen. Die Idee ist eigentlich von unseren Teilnehmerinnen aus den Deutschkursen gekommen und zwar haben die sich Möglichkeiten gewünscht, sich mit anderen Menschen auszutauschen, in einem konsumfreien Raum ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und so sind wir auf die Idee gekommen und haben das dann umgesetzt. Vielen Dank. Das Sprachencafé ist 2012 entstanden im Rahmen des Europäischen Tags der Sprachen und die Idee ist eigentlich von unseren Teilnehmerinnen aus den Deutschkursen gekommen und zwar haben die sich Möglichkeiten gewünscht, sich mit anderen Menschen auszutauschen, in einem konsumfreien Raum ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und so sind wir auf die Idee gekommen und haben das dann umgesetzt. Kurde . . . .